Und und Klaaasse noch mitgenommen! Klaaasse mitgenommen? Klaaasse! Klaaasse mitgenommen! Du machst immer bei 49, machst du das Nächste? Okay, jetzt ist es vorbei! Merkt man! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Blubbächer Gaming TV von Colin McRae Dirt 2 Das Witzplay! Im sechsten Part von Dirt 2 Das hatten wir schon bereits gesagt! Und äh... Dirt Show! Wir würden sagen Dirt Show! Und vorher sagen wir noch, wir haben einen neuen in unserer Reihe Einen Gast! Der erste Gast hier bei uns! Es ist nicht der, den ich im Hinterkopf hatte, aber... Es ist einer! Es ist einer! Genau! Der sich mit Fußball auskennt! Äh... Mit dem Absatz und dem passiven Absatz! Ja, du fällst dich auch mit Fußball aus! Also wir haben uns vorgenommen Gatecrasher! Danke, danke! Ja! Wir haben uns vorgenommen Gatecrasher zu machen! So! Äh... Direkt 2 Sachen! Perfekt! Und ich habe mir vorgenommen, hier jetzt mal einen Schwierigkeitsgrad höher zu machen! So! So! Das passt ja wieder! Von letztens! Direkt den! Perfekt! Wir brauchen nichts zu ändern! Haben wir nicht meine Farbe geändert? Äh... Das war ja bei dem anderen, der irgendwie etwas anders hatte oder so! Ja! Wirklich! Das war bei dem anderen! Haha! Ah! Der kennt sich schon super aus! Wir haben eben den Port nochmal angeguckt! Ja! Wir gucken uns die meisten nochmal an und so! Ja! Ob da auch alles drin ist! So! Also worum geht es in Gatecrasher? Man sieht man fährt wieder so los wie bei Trailblazer & Rally! Und um es einfach! Dann wird man also oben jetzt wieder so einen Countdown! Und man füllt diesen Countdown, äh... wenn man so Hütchen irgendwie... Also diese... Äh... Umfährt hier! Dann kriegt man bis zwei Sekunden immer dazu! Und wer dann am besten... Also wer am Ende die beste Zeit hat! Genau! Die beste Zeit! Also am meisten auch wer für Urschäden hat! Hat gewonnen! Und was passiert wenn man 0 hat? Ist man dann da? Dann bist du glaube ich hier verloren! Dann bist du glaube ich hier verloren! Aber ein bisschen unfair ist es dann ja doch, wenn man... Wenn man dann als letzter startet oder gibt es dann... Ja! Der gibt kein Erster und kein Letzter! Gibt es dann... Man muss nur die beste Zeit haben! Die da oben! Ich bin... Also die anderen sind schon alle gefahren! Man hat es eben schon gesehen! Die hatten schon Zeit nach rechts daneben stehen! Und ich bin der Einzige... Achso! Wir sind die Einzigen! Die Unbekannt waren! Ja! Und deswegen... Also das jetzt nicht so dass der Erste eine Hütchen abräuft und der Zweifel kommt! Die werden wieder aufgestellt! Beziehungsweise neue! Ach! Jetzt habe ich zum Beispiel schon wieder einen verpasst! Super! War nicht schlimm! Und die Zeit holt man wieder auf! Aber genau 50... Ich glaube der Best hatte... Keine Ahnung... 35 oder so! Also mehr jetzt mit! Aber das ist ja jetzt schon noch plästig! Ja! Das ist jetzt schon etwas schwieriger! Das heißt die anderen... Haben alle eine bessere Zeit! Oder... Es gibt weniger von denen Geld? Nein! Dinger! Ich glaube ich auch nicht! Oder die anderen sind halt fast viel besser und haben eine bessere Zeit! Genau! Die werden auch noch besser gestohlen! Ja! Was wir gerade eben schon gesagt haben! Schön ist unser Auto verdreckt! Aua! Scheiße! Oh! Das ist trocken! Nee! Das tat weh! Und das hat Zeit gekostet! Ja! Sehr viel Zeit! Sehr viel Zeit! Man muss jetzt richtig viel aufholen! Das war gerade mal die Handbremse! Lasse am Ding vorbei! Ja! Mit der Handbremse! Handbremse im Gepäck! Äh... Im Gepäck! Das gewinnst du nicht! Das gewinnst du nicht! Das gewinnst du nicht! Hm? Nee! Echt nicht! Ooooooh! Ein Trailblazer hätte doch locker einen überholt! Der dann hat... Ein Rally! Ja! Der Crash eben da hat gar nicht gepostet! Der hat gar nicht gepostet! Ich röchte mal hier wieder Geld! Dankeschön! Ich hab so 10 Stück in den Rennen! Ah! Dankeschön! Schön reindriffen! Ich bin geehrt! Und 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 und! Erster! Ich hab doch gesagt, dass ich Erster werde! Und was meint ihr? Ja! Wow! Er wiegt sie nicht! Ah! Guck! Also der mit die meisten Zeit gewinnt! 61 von 69 stand da bei uns! Aber man muss nur die Hütchen umfahren, damit man die raus bucht! Um Geld zu um... Also du musst da noch vor... Du kannst auch keine Hütchen umfahren und direkt ins Ziel fahren! Ja! Aber in dieser einen Minute, die du da vorgegeben hast beim Countdown... Und dann außerdem... 50 Sekunden! Ja! 50 Sekunden! Und außerdem machen die anderen wahrscheinlich mehr, weil die ein paar Hütchen umfahren! Weil die ein paar Gates umfahren haben! Na dann! Wie ist das denn? Malaysia! Genau! Das Gleiche! Ich glaub ich streck mich nur anders herum! Na dann! Ja! 55 Sekunden! Jetzt ist was! Okay! Zwischen einer Minute und 50 Sekunden! Na ja! Dann eben waren es aber wirklich nur 50! Ja! Dann hat man jetzt vielleicht ein Donusgepücht! Oder man nimmt das weiter, was man im letzten Mal dann hatte oder sowas! Hat man doch 55? Keine Ahnung! Ne! 55! Nein! Wir hatten 35 eben! Ja! Vielleicht werden da 20 dann aufgerechnet Leute! Da hätten die anderen ja nicht viel! Weil dann 50 hat so viel! Ja! Hat man ja schon gefunden! Aber das wäre ja wohl und verloren! Das Ergebnis vom ersten übernehmen würde oder? Ja ne! 50! Hey! Cool! Okay! Und was? Drück! Und 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 und! Wow! Klasse noch! Mitgenommen! Klasse mitgenommen? Klasse! 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 Mitgenommen! Du musst immer bei 49 machst du das nächste! Ah! Merkmal! 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 Geld-Crasher! 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 Nur nochmal crash! Ja! Aber dass die auf Lessig 16 Sekunden haben! Wir sind ja nur eine Stufe weiter! Es gibt ja noch ganz viel Hardcore! Legende wahrscheinlich oder so! Weiß ich gerade nicht mehr! Ich glaube Hardcore auf jeden Fall! Na du wirst ja jetzt locker erster! Ja! Sehr wahrscheinlich nicht! Wenn du sofort mit Vollgas ins Ziel fahren! Ich glaube du wirst erster! Ja genau! Wenn du jetzt sofort mit Vollgas ins Ziel fährst! Ja! Ich will jetzt noch mal eine gute Zeit hier rausfahren! Boah! Ich hatte sonst keinen Spaß! Auch? Okay! Es macht doch Spaß! Eigentlich schon, ne? Okay! Jetzt kannst du einfach durchfahren! Oh! So hättest du das letztes Mal machen! Fahr mal ins Wasser! Ich fahr ja nicht ins Wasser! Das würde mich jetzt sagen! Was? No! Yeah! 39,59! Fast! Eine Millisekunde und 44! Eine Millisekunde! Oh yeah! Zwei Mal Erster! Klingt schon gut! Dann schon gut! Und ich... Oh! 62,59! Und ich glaube auch jetzt haben wir so gut wie alle Modusse durch! Ja! Mo-Di durch! Mo-Di durch! Mo-Di durch! Und... Ja jetzt für... Und 56! Ja! Mach nicht mal voll da unten! Und dann sieht man nur ein kleines Buss! Doch! Ein kleines Bitterchen sieht man! Ja! Du mit deinen Adler Augen! Ja! Ich weiß! Gib Adler Augen! Das ist ja alles! So! What? Jetzt? Ich hätte eine Herausforderung! Unterbiete die vorgegebene Zeit! Okay! Ich glaube wir machen! Ja! Nein! Wir wollen jetzt noch das letzte fahren und dann sind wir durch! So! So! Da machen wir! Weil... Wie so viel Trailblazer ist! Ich guck mal erstmal durch, ob wir was haben, wo wir nicht erster sind! Eins! 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 Zwei! Komm! Jetzt fahren wir! Lässig! Natürlich! Lackierung! Wow! Die Wege! Letzten Part! So! Jetzt haben wir ein neues! Neue Lackierung! Nicht neues Auto! Neue Lackierung! Nicht neues Auto! Nicht so schnell! Nicht so schnell! Wir müssen jetzt nicht rechts gehen! Auf der Karte war das ja China weiter rechts! Von Malaysian, oder? Ja echt! Marokko, Mann! Nee! Malaysia! 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 Ja, ist es wirklich? Nein, das ist die B 선�y! Oh Mann! Ich kann nicht rufen! Wir haben ja Barschler! Wir haben ja Barschler! Die können nicht fahren! Ahh! Ich meine, wir können jetzt Barschler machen! Den selben Wagen! Den selben F... Also man kann ja unter Einstellungen ja einstellen, wie der Beifahrer, ob der einfach sprechen soll oder voll kompliziert in Fachsprache sein soll, ne? Wir haben ja auf einfach stehen. Für mich ist das jetzt schon Fachsprache. Und wie sagt dir das jetzt in Fachsprache? Ja, so 40 minus 6 plus irgendwas. Keine Ahnung. Ich glaube, das können wir uns vielleicht noch anhören irgendwie, glaube ich. Also... Und da ist ja auch schon der Erste, den wir... Die Erste. Jenny. Jenny Tyler. Wir sind Erster. Ja, boah. Der Erste war in 40. Okay, der war vor uns, den wir überholen können. So. Boah. Boah, direkt vor dem ersten Punkt. Ja, Mann. Ach ja, immer noch Erster. Aber nur eine Sekunde Unterschied. Boah, haben wir wieder Glück. Oder auch ich? Oder auch ich? Du, du mit deinem Glück. In Gruppe. In Gruppe. Also für mich ist das jetzt schon Fachsprache. Wow. Wie ist das für euch? Schreibt es in die Kommentare. Am besten alles immer, wenn ihr Fragen habt und so. In die Kommentare schreiben. Ja. Immer nur eine Sekunde. Wo ist die drangehalten? Ja, nur eine Sekunde Unterschied. Ziel? Scheiße. Aber ich glaube, du bist der Erster. Ja, ich glaube auch. Ja. Wenn ihr das schon sagt, der unser cooler Beifahrer mit den Fachworten. Ich glaube, cool gewonnen ist keine Fachsprache. Ich glaube, jeder muss wissen, was cool gewonnen heißt. Ja, da, da. Jetzt könnt ihr es sehen, aber ich glaube nicht. Ja, jetzt kann man das sehen. Ich habe es schon vorher gesehen. Witzchen, ne? Boah, die Musik ist auch wieder cool. Ja. Die Musik ist einfach Hammer gemacht, wie ich so spiele. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich habe Lust. Ne, das fand ich jetzt wirklich auch. Wow. Super. Kannst du gleich machen. Wie ein Schokoriegel. Jetzt nicht im Let's Play, wie bei uns hier bei Gluckbecher Gaming TV. Das geht ja gar nicht. Eigentlich schon, ne? Hey, der sieht cool aus. Eigentlich will auch schon blühen wehen. Ja, haben wir auch, ne? Ja, will ich haben. Ja. Kann auch der. Müssen wir uns kaufen, oder? Den haben wir schon. Das ist doch der, du. Oh, am hinter uns ist die die Sonne. Nur mit Ben Zulu. Nur mit Ben Zahri. Zulu, ey. Pff. Nein, nein. Braum. Opsa. Ich glaube, die hätten wir wieder Stunnen. Nein. Ich habe schon ein paar Namen im Kopf. Im Hinterkopf habe ich ja ein paar Namen. Wie viel ich jetzt im Hinterkopf habe, da gibt es gar nichts. Ja. Also ich würde sagen, wenn bei dem... In den letzten Part gesagt, im Hinterkopf hat er so einen Namen, den er vielleicht nehmen würde. Ja, ich habe eine Idee. Hinterkopf. Nein, ich habe einen Namen im Hinterkopf. Neue Schwierigkeitsstufe plus erster Gast. Ach, erster Gast finde ich nicht so gut. Doch. Schreibst du mir die Kommentare? Ah ja, den Gast müssen wir ja so ein bisschen geheim halten am Anfang, ne? Also... Also das dürfen wir nicht... Okay, dann machen wir neue Schwierigkeitsstufe. Du hast Stunnen. Ne, nicht schon wieder Stunnen. Hatten wir schon Stunnen, nein? Ja, zwei. Dann habe ich einen zweiten Part. So, dann haben wir wieder die Hand drum sitzen. Ein bisschen haben wir jetzt am Ende reingemacht. Ja, du bist ja immer wieder erster mit so 0,8. Wow. 0,08. Das sind 8 Sekunden. Na, dann muss ich jetzt mal ein bisschen verpoppen, ne? Höher. Okay, Kuppelsprung. Zwei Millisekunden. Ach ja, genau. Wegen dem Beifahrer. Neue Schwierigkeitsstufe plus... Beifahrer. Sehr lustiger Beifahrer oder sowas. Sehr lustiger Beifahrer. Keine Ahnung, weil er so lustig spricht. Oh, das ist schon nach vier. Oh nein, zweiter bist du. Ja? Zweiter gewesen. Zweiter gewesen. Ich habe gerade eine Abkürzung genommen. Ich habe da was rausgegeben. Ah, siehst du? Nein, das ist keine Fachsprache. Geschafft. Definitiv nicht. Danke schön. Boah, hast du ja vorher gesehen. Ja, das ist ein geiles Bild gewesen. Kann ich mal kurz hier noch mitkommen lassen? Ja, du weißt doch, wo der Kühlschrank ist. Ja, du weißt doch, wo der Kühlschrank ist. So, also ich verabschiede mich hier... Oh, den könnte ich voll Kühlschrank nennen. Warum gar nicht meinen? So toll. Blubwächer Gaming TV verabschiedet sich mit einem neuen Gast. Der verabschiedet sich auch. Schön. Das weiß ich nicht. Bis zum nächsten Part von Dirt 2 oder von Transformers. Wahrscheinlich jetzt Transformers. Denn ihr habt ja glaube ich noch... Also wenn ihr das seht, dann müsste es eigentlich... Gestern müsste das Voting eigentlich dann zu Ende sein, wenn ihr das seht. Ja. Oder wenn ihr dann... Wenn ihr schon seht, wir haben das hochgeladen und das ist noch innerhalb eines Tages gewesen, dann ist das Voting heute zu Ende. Ja. Also... Genau. Hört auf zu Voten für Transformers Untergang von Cybertron. Die Entscheidung ist noch jetzt, in dem Moment, wo wir es aufnehmen, noch nicht gefallen, aber... Ihr könnt es noch ändern. Genau. Zu Eskalation oder Kopfjäger... Ja, jetzt nicht mehr, wenn die das sehen wahrscheinlich. Dann nicht mehr. Ja. Also dann... Ja. Warum hat der da einen Burger stehen? Ist ja gescheuert. Und Monster Energy. Ich will auch einen Burger. Ja. Und Monster Energy. Und so eine Kratze. Ja. Also bis zum nächsten Part bei Dirt 2. Tschö. 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 Tavala. T Tavala. 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 Tavala.